I don't know... except... Chloe... I'll just drift to sleep. Dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Okay. 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 Jetzt drehen wahrscheinlich die Gerätschaften durch. Könnte ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall... kriegt Max doch jetzt bestimmt was... übergebraten. Mehr oder weniger. Ich hoffe mal, sie nimmt sich das Foto mit. Äh... Left-Mouse-Button. Focus on the photo. Okay. Ja, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Dann machen wir das doch. Okay. Okay. Ja, das nochmal... A und D. Und dann immer nur so ein bisschen drücken. Genau. So, sieht das schon mal gut aus. Und so, jetzt lassen wir. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Das heißt, sie lässt William jetzt also sterben. Hey, Honey. What? Oh, ich wusste nicht, dass du die Gerätschaften brauchst. Natürlich, ich komme und dich aufhören. Und Max schmeißt das Foto weg. Ne. Oder? Doch. Da kann sie auf jeden Fall nie wieder... Hierhin... Zurück. Okay. Was ist da jetzt? Was ist das so schlimm? Max, du bist so verrückt. Du bist so verrückt. Du musst uns wiedersehen. Chloé. Ich bin so sorry. Ich versuchte, um Dinge anders zu machen. Ich versuchte, um dich zu machen. Ich versuchte. Ich versuchte. Ich versuchte. Ich weiß nicht genau, was du sprachst, aber... Komm schon. Du hast du Dinge anders gemacht. Du hast mir ganze Leben. Du bist mein bester Freund. Ich habe dich und eine große Familie. Was ist für mich zu entschuldigen? Wir werden beste Freunde für immer. Und wenn wir aufhören, werden wir die Welt übernehmen. Hör. Alles, was passiert. Ich will dich stärker sein. Selbst wenn du fühlst, ich war nicht da für dich. Denn ich werde dich nie abhören, Chloé. Ich werde dich immer wieder zurück. Immer. Das sind... starke Worte. Okay. Das wird wieder alles... geändert. William ist also wieder tot. So wie es vorher war. Und Joyce lernt wahrscheinlich auch wieder den David kennen. Ja. Aber... Da kriegt Chloé nicht den Schlüssel. Sondern legt sich wieder mit David an. Da ist das Auto voran von Chloé dementsprechend. Da ist ein Foto von... War das jetzt Max oder war das Amber? Okay. Die Toiletten-Szene ist also passiert. Und... Die als Bett gefesselte Chloé. Was ist das? Irgendeine Wand? Die die Treppe hochtragen? Ach, das ist das Bild. Genau. Was im Garten vorher stand. Hinten am Gartenzaun. Und da... Da ist ein Foto von Kate. Habe ich jetzt noch gerade gesehen. Okay. Max ist wieder da. Da ist Chloé. Chloé. Du bist live. Ja. Woah-hoh. Down, Max. Du kriegst nur ein Foto von mir. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin so glücklich du bist hier. Du bist großartig. Aber danke für die Morgen grope. Seitdem wir alle Nacht spielen CSI Arcadia Bay, ich war immer noch in der Zeit, hier in der Zeit zu stellen. Okay, also... Max, du vergessen wir haben über das? Ich hoffe, du warst nicht mit dem Zeitraum, während ich schlau war. Nicht mehr. Ich bin nur... ...spaciert auch. Willkommen zurück in die reale Welt, Max. Okay. Gut. So kann das natürlich auch machen. Ich glaube, du kannst nicht immer erzählen Chloé, was passiert. Warum nicht? Ich werde Chloé sagen. Okay. Also ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt. Mal schauen wir auf das große Bord und sehen, alle unsere Püße in dem Puzzle so weit. Ja. Das würde ich dann auch vorschlagen. Da scheint wieder das... ...Snodo. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Ich sollte auch wissen, dass das Telefon-Message einfach das Telefon-Message nicht stoppen würde. Okay. Da hat also doch irgendwer gesagt, dass da irgendwas... Diese Butterfly-Photo sieht wie ein Millionen Jahre vor. Wie viel Zeit habe ich seit? Ein bisschen auf jeden Fall. Okay. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Pictures. I'm so sorry, William. It's not fair, you had to die twice. Tja. Aber andersweitig hätte es auch nicht sein können. Was haben wir da? There's Chloes Cash-Dash. Ah ja. Sorry, Principal Wells. Okay. Na, ich hoffe, das fällt mir mal auf. Yes. Chloe Price was here. Hm. Hm. Dein Foto. Ja, mach ich doch mal das Foto hier. Damit wir das schon mal haben. Yay. Das erste Foto. So. Mal sehen, was haben wir denn hier? Äh. Steine. Auf irgendeinem Weg oder sowas. Fußspuren. Zwei Schwänze, die ein Herz formen. Eier in einem Nest. Wale. Ein Windrad. Ah, das Skelett in der Schule. Wahrscheinlich mit einem Skateboard. Hier ein Sonnenuntergang oder sowas. Und ein Krallenfuß. Na gut. Da liegt eine Zeitung. Das ist eine wirkliche Exposé an der Prescott. Endlich. Endlich. Ach, das... Ja. Äh. Ich könnte mich also auch wieder hinsetzen. Da liegt ein Magazin. Und das war's, ne? Ja, das war's. Dann schaue ich mir jetzt mal die große Wand an. Ach, das Foto mit, ähm, Rachel und Frank ist... So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three beats Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or... Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Okay. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Hm? Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. With me. So. Da ist wieder das Picture von Arcadia Bay. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Hm. Du gehst immer noch davon aus, dass es... Since David might be in there, I better mosey along for a change. So. David is da drin. Na gut. Okay. Dann schauen wir mal raus. It's such a warm, beautiful day. Hey. How could a killer storm just pop up tomorrow? Da bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze... ...passieren wird. Hallo. Oh. David ist unten. Da war ja doch nicht oben. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David. Sehr gerne. I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just... Better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Das war ein gut gemeinter Rat, wahrscheinlich, oder? Okay. Der hat auf jeden Fall die Fotos angestarrt. David ist gar nicht anders aus mir, wenn er die Familienfotos schaut. Ja. Okay. Also, er schwebt auch in Erinnerung. Na gut. Warren schreibt... Ja. So, so. Chloe hat ihr geschrieben? Hat ihm geschrieben? Mhm. Mhm. I like you. Da ist noch ein bisschen eifersüchtig, ne? Ja. Na gut. Na gut. Gehen wir hier durch? Nee, 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 nee. Ich geh erstmal hier rein. Mal gucken, was so hier hier so geht. Die poor whales are like beached angels. What is going on here? Ja. Das frage ich mich auch. Na gut. Da ist wieder das Glas. Und die versuchen immer noch nach Paris zu kommen. Okay. Und hier ist eine Notiz. Ouch. Ah, okay. Also, Joyce hat David rausgeworfen. Hier ist ein Stuhl, auf den ich mich hinsetzen kann. Da mach ich das doch mal. Somehow, ich existierte in dieser ganzen anderen Realität. Aber ich... Ich weiß nicht, was passiert. Richtig. Je mehr ich meine Macht benutze, je mehr ich sehe, wie wenig Kontrolle ich habe über was passiert. Ich bin froh. Jetzt ist Max Caulfield existiert in zwei oder vielleicht drei unterschiedlichen Realitäten. Ja. Wie kann ich ein Destin haben? Oh. Jetzt wird es tiefgründig, wenn jetzt schon über Schicksal nachgedacht wird. Ich liebe die Gedanken von William und Joyce, die Chloe finden. Ich liebe die Gedanken von William und Joyce, die Chloe so finden. Ich denke über all diese Lebenslinien, fast macht meine Kopfhörer besser als die Rewind. Ja. Okay. Gut. Genau drauf nachgedacht. Die Tür zur Garage ist auf jeden Fall offen. Da ist ein... welches in dieser Zeitlinie nicht existiert, wie William. Um zu denken, dass das alles mit meiner Vision von einem Tornado begonnen hat. William hat niemals diese Wand geschnitten. Ja, das hat dann tatsächlich auch jemand anderes weitergemacht. Ich denke, man könnte sich ja auch nochmal auf die Schaukel setzen. Nein, dieses Mal nicht. Und in den Raum, ich denke mal, das wird dann sogar die Garage sein, geht es nicht. Ne, gut. Okay. Da ist ein zacknülltes Foto. Joyce muss sich so schrecklich sein. Hast du jemanden helfen, Max? Hm. Okay. Anscheinend nicht wirklich, Max. Na gut. Hier sind wir also in der Garage. Es sieht aus, dass David seine Autoverkaufsverkauf hat. Vielleicht gibt es einige neue Beispiele. Ich hoffe doch. Fangen wir einfach wieder hier im ersten Teil der Garage an. Eine Notiz. Was zur Hölle machte David für Nathan? Und was hat sein Vater für David? Danke für deine Hilfe mit Nathan. Es ist sehr gut. Das interessiert mich jetzt allerdings auch. Was hat David denn mit Nathan zu tun? Na gut. Das hoffe ich doch nicht. Aber da ist tatsächlich eine Pistole oder ein Gewehr oder was auch immer weg. Was steht denn hier alles? David ist packen auf Weddingstuff, auch. Und warum ist das? Oh, das macht mich schade. Es war so unglaublich, zu sehen, William wieder zu sehen. Ich wünschte, Chloe auch. Na gut. Es gibt mehr zu David Madsen, als zu sehen. Er sollte diese Lieder zu Joyce enden. Was steht denn hier alles? Ja gut, also er entschuldigt sich mehr oder weniger und sagt, dass er nie etwas Böses wollte. Und es passieren dunkle Sachen in Arcadia Bay, die er noch nicht wirklich weitergeben konnte. Okay. Also er wollte sich damit entschuldigen bei Joyce. Und hat nie die Möglichkeit bekommen. Na gut. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. So. Okay. Da hat also der Direktor geschrieben, dass die Petition durchgeführt wurde, durchgesetzt. Und jetzt fragt er nach, was man denn noch tun kann. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Mhm. At least he has one weird fan. I'm scared of the school. From anonymos. Also jemand anonymes hat ihm geschrieben, dass er eigentlich ganz cool ist. Wish I had surveillance footage of that conversation. Mhm. Okay, da ist also irgendein Krebs, irgendeine Krankheit, die an der Schule rumgeht, denkt er. Na gut. Eine Map. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Hm. Anscheinend. Na gut. Da sind wieder Flyer. Na gut. Fangen wir auf der Seite erstmal an. Und hier ist nichts weiter. Da geht es wieder zurück. Und hier ist die Garagentür. Ich vermute mal, dass ich hier, ja, in diesem Schrank irgendwas finde. Woah. Das ist ein echtes Padlock in diesem Schrank. Hey David, was hast du in hiding? Wir können es auf jeden Fall benutzen. Wie kriege ich denn jetzt die Nummer raus? Ich habe nicht Zeit für den Code suchen. Ich muss einen Weg finden, um diesen Schrank zu verbrechen. Ja. Man kann es auf jeden Fall wieder mit der Zeit zurückspielen, ne? Dass, wenn ich das erstmal aufgemacht habe, dann auch wieder schließen kann. Da ist eine Crowbar. Okay. Ich kann diese Crowbar nutzen, um die Locker zu öffnen. Ja. Das mache ich jetzt. Hm. Crowbar. Entschuldigung, David, aber ich vermute, dass du das gleiche als ich würdest. Und die Zeit können wir gleich wahrscheinlich wieder zurückdrehen. Hoffentlich noch rechtzeitig. Oh. Maps, Noten, Koordinaten, Fotos von Kate, Nathan. Oh, ja. Hm. Parkplatz, 3.17 Uhr. Sie weiß irgendwas. Sie weiß irgendwas. Wow. Das sind Koordinaten. Twin Peaks. Aha. Next. Oh, er hat auch Fotos, wie Nathan Vaughan geschlagen hat. Das ist der Wagen von Chloe. Und das ist Max. Irgendwas mit Pay Up. Okay. Score. Back to Chloe now. Aber ich drehe jetzt natürlich noch die Zeit zurück. So. Und die Crowbar. Falls wir sie noch zurücklegen können. Ne. Können wir natürlich nicht. Okay. Okay. Dann also zurück zu Chloe. Also. Noch eine Note. The Block Hotel. Mhm. Du wolltest irgendwas sagen. Nix. Aber ich hab dich gleich noch aufgehalten. Left Mouse Button. Call Chloe. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max. Now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Das ist meine Ansage. Achso. Ab zum Dorn.